wird doch die rente mit 63 abgeschafft kanzler scholz will frühverrentungswelle stoppen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de die nachrichtenkanäle berichten es die rente mit 63 oder aber auch die frühverrentungswelle bricht wieder alle rekorde eine frühverrentungswelle ist über die gesetzliche rentenversicherung hineingebrochen immer mehr menschen gehen mit 63 oder mit 64 jahren in rente und nehmen im schnitt sogar bis zu 8,4 prozent abschläge in kauf der trend später in rente zu gehen scheint damit gebrochen zu sein kanzler scholz wird den trend zur frühverrentung unterbrechen stoppen wie auch immer er sieht dringenden handlungsbedarf und wenn ein kanzler das schon sagt dann scheint es ja ziemlich ernst zu sein wenn es um die zukunft der gesetzlichen rentenversicherung geht kanzler scholz will dass weniger menschen vor erreichen der regel altersgrenze in rente gehen er wird das arbeiten im alter attraktiver gestalten mehr arbeit mehr frauen in arbeit bringen und die zuwanderung deutlich ausweiten was kanzler scholz aber nicht sagt und das ist das eigentlich interessante ökonomen und arbeitgeber fordern seit jahren die anhebung der regel altersgrenze auf 70 und die abschaffung der rente mit 63 wird sich kanzler scholz diesen forderungen in zukunft nicht doch anschließen wenn scholz vorsichtig andeutet dass er ein problem mit der frühverrentung der menschen habe dann wird er sicher auch über die frage der existenz einer rente mit 63 nachdenken denn das wäre unter umständen ein probates mittel diese rente abzuschaffen und damit eine frühverrentungswelle zu brechen die rente mit die altersrente für langjährig versicherte oder altersrente für besonders langjährig versicherte führt wegen verlängerter lebensdauer zu deutlichen mehr ausgaben in der gesetzlichen rentenversicherung und die menschen die einmal in rente sind und nicht mehr arbeiten werden kaum mehr in den arbeitsmarkt zurückkehren möglicherweise will scholz uns mit solchen äußerungen nur so ganz langsam auf mögliche verschlechterungen in der gesetzlichen rente vorbereiten ob dann die axt an die rente mit 63 gelegt wird ist schwer zu sagen aber politiker so ist meine einschätzung würden auch vor einem solchen schritt nicht halt machen wenn er denn notwendig wäre ich sage nur eins hände weg von der rente mit 63 die menschen erkaufen sich den renteneintritt teuer genug hohe abschläge gibt es dafür im schnitt ich hatte ja gesagt 8,4 prozent besser wäre es eine erwerbstätigen versicherung in der gesetzlichen rente endlich einzuführen in die alle bürgerinnen und bürger in deutschland auch selbstständige und beamte einzahlen und dass man rentnerinnen und rentnern die tatsächlich noch mit rentenbezug oder im rentenbezug weiter arbeiten dann auch die möglichkeit gibt bei voll rentenbezug arbeitslosen und krankengeld auch beziehen zu können das wäre ein wichtiger punkt um erwerbstätigkeit im alter attraktiver zu gestalten näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel